Hallo Leute, im letzten Video von mir habt ihr das ja schon mal gesehen, das Feuerkit, wo ich von meinem Vater zum Geburtstag bekommen habe und das möchte ich euch jetzt mal genauer vorstellen oder mal zeigen, was da alles drin ist. Ich habe ein neues Stativ für das Handy bekommen, da muss ich mich jetzt mal ein bisschen zurechtfinden. So, ich habe mir das umgepackt in so einen schwarzen Lederbeutel, passt auch besser zum Ambiente. So, und was ist denn da drin? Zum einen ein normaler Feuerstil, zum anderen Kien sparen. Ah, wie sehr lecker. Ein Feuerstein. Na, Autofokus? Na, wohl eher nicht. Und hier noch ein kleinerer. Und dann das Schlageisen. Die gelbe Mache. Und hier in dem Tütken ist noch Zundermaterial. Das werde ich noch ein bisschen erweitern mit Birkenrinde und anderen Zeugs. Aber das ist jetzt erst mal die Grundausstattung. So ein richtiges Feuer darf ich jetzt hier im Garten nicht machen. Aber ich werde mal sehen, ob ich es hinbekomme, wenigstens ein paar Funken zu schlagen. Also bis gleich. So, dann probieren wir es mal. Das ist das erste Mal, dass ich das versuche. So. Ah, ja. Es wird... Funktioniert schon mal. Ja, das wollte ich euch noch mal kurz zeigen. Demnächst werde ich mal in den Wald gehen. An eine geschützte Feuerstelle. Und werde das dann mal richtig ausprobieren. Ich wollte es euch jetzt noch mal vorstellen. So. Und danke fürs Zuschauen. Und tschüss. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020